Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3, dem Sportspiel des Jahrtausends. Und wir haben letztens wieder eine Auto, wir plüren immer Auto, wir klauen Autos, wir sind immer Autos da und ähm... Ui. Oh shit. Haben wir es wieder gesehen? Na komm mal ran, du ranst in die Flette. Das geht aber, das geht aber um Flecken, wunde Flecken. Ähm, nein, das war irgendwie ein bisschen falsch, je gedacht. An alle Einheiten, wenn die Flieger aus der Sichtweite, nicht wiederhole, den Kontakt verloren. Wirklich? Haben wir das? Ich glaube ja, nicht daran, aber gut. Wenn sie sagen. Hm. Mann, wie der Arme hier. Das ist ja kein Problem hier für uns. Die Crews sind da ein bisschen rum und wir... Wir haben uns nicht gesehen. Wir waren doch mittendrin, wir waren wirklich mittendrin. Und wir so... Lala, lala, kürzend spät ein, fällt ein mit diesem Dinger. Der Crews hat das wunderschön hier zum Fahren, muss ich wirklich sagen. Also hat zwar ein bisschen Flüge einschaffen, warum geht nicht mehr. Und wir können... Nein, wir können nicht fahren. Aber der ist schon ein bisschen satter im Abgang und am Anfang auch. Muss ich sagen, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Wie ich es am Anfang dachte. Nach über einem Kilometer den anderen verfolgt mit einem kleinen Mini-Fitz oder was. Okay, wir hätten auch ein bisschen langsamer fahren können. Nur ein ganz wenig. Aber wir tun das nicht. Wir haben uns angewöhnt, wir tun nichts, was wir nicht tun können oder lassen sollen. Ich bin ja schon lange nicht mehr da. Nein, aber ich bin wirklich nicht mehr da. Das ist ja wunderschön. Aber ich glaube auch nicht daran, dass die uns irgendwo wieder finden. Also, die finden uns schon logischerweise, wenn wir jetzt abranzen. Aber ansonsten, ich glaube, da würden wir uns nie wieder wunden. Wenn wir nicht wieder auffällig sind. Wie bekommt man hier denn her? Das Feuer der Gerechtigkeit regnete vom Himmel. Lasst Feuer auf den Regnen. Brenn, Niggerboy, brenn. Gut. Schnappt ihn euch von der anderen Seite. Aber von der anderen Seite gut ist, wenn wir es nicht hören, ne? Wäre auch fast zu schade. Ui. Ja, dann kommen sie doch, mein Freund. Wir haben wunderschöne Aussichten hier. Hm. Wo kommen die anderen noch? Oder kommen die überhaupt noch? Ja, das macht dir nix, ne? Du bist ja eh tot. Mit dem hat er nicht gerechnet, ne? Ich seh' ihn. Alle Mann in Deckung. Verdammt. Er hat mich... Jetzt gibt's Ärger. Ich glaube, sie sind alle... Ich glaube, sie sind alle... So, wach, Posten. Es ist Ende hier. Ende im Gelände. Ja, Jesus kann ich nicht mehr helfen, mein Freund. Tut mir leid. Jesus ist hier leider nicht. Zu Gange. Ähm, hier muss, glaube ich, jeder sterben. Aber was ist denn hier hinten los? Ich glaube, da gibt's ein kleines Problem mehr holen. Ja, brauchst du was zum Aufwärmen? Ähm, Kickback. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal ein Kickback für dich erwirtschaftet. Fügbare Kickbacks werden immer auf die Karte angezeigt. Gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Entschuldigung. Du hältst ein Anteil der und Einnahmen deiner Unterbosse weisen in Geschäfte und Bezüge zu oder verschone Informanten und Poste für mehr Kickback. Die Leute erzählen deiner Poste bestimmt die Kickback in der Sichtverteilung von blablabla. Ziele, Sonderziele sind Mitarbeiter und Geinnahmequellen eines Geschäfts. Eliminieren sie, um dieses Geschäft zu schaden. Solche Sonderziele werden auch... Okay, gut. Risiko und Gewinn. Jeder Sonderziele besitzt Informationen und blablabla. Entschuldigung. Das sind nur 1000. Also wir haben hier ein bisschen mehr Probleme. Wow, noch ein Taui. Cool. Oh, oh. Räumt tut mir leid. Wir haben hier eine Rütze. Da haben sie nicht aufgepasst und da ist er da tot. Und hier noch eine Runde. Draufauen, wie es geht. Wissen wir alle. Befrage Charlie's Dealer. Oder ist er auch gleich hier? Was haben wir denn hier noch? Ich bin doch nur hier kurz. Die können wir gar nicht benutzen. Aber ist hier noch irgendwo ein Symbol? Ich glaube, irgendwo ist hier noch. Scharfschüssenposition. Das wäre auch noch was Geiles. Gut, ich glaube, wir haben hier alles. Haben wir irgendwelche Leute noch? Also wir haben ja die Prostituierten alle rausgeholt. Wobei, vor allem mit diesem wunderschönen... Wollen wir mal nennen. Geht das überhaupt mit dem? Wollen wir mal kurz. Das hat nicht nach Glas getönt, aber auch gut. Jetzt gucken wir hier durch. Ich frage mich, wie lange das hier noch dauern wird, bis wir ein paar Einnahmequellen haben. Wir haben ja geschrieben, oder machen wir mal kurz. Wir haben ja hier oben das Ding, ne? Heroin. Verschrecker erledigen, um den Schwierigkeitsgrad ein Versteck zu senken. Ah, na, schau mal an. Dann machen wir mal das hier. Meine Güte, wir wollen ja hier ein bisschen niedrige Sachen haben. Wie kamen wir ja gerade, du Arschgesicht. Jetzt nicht wahr. Von dem sind wir gerade gekommen. Hast du ihn wieder? Ähm... Achtung, die Flammschlangen zurück. Jupp, tun sie. Haben sie ja Probleme mit dem? Das tut schon weh von seinen eigenen... Ähm, was wäre denn die Dame da? Aber gut, ähm... Können wir den Trucker noch fahren? Nö, schade. Aber gut. Woher führt uns das denn hin? Verzeichen. Hä? Hm. Ja, wer weiß da schon, ob Joints auch so sind. Sind sie nicht so, dass das Hollow gehört? Lagen wir jetzt wütender, oder was? Oh, ich denke mal schon. Die werden immer wütend. Die Damen und Herren werden ja hier immer wütend. Das muss man mal sagen. So, wieder hoch. Wo sind wir denn hier überhaupt? Bin ich gerade doof, oder laufe ich in die falsche Richtung? Oh. Da haben wir nur ein Problem. Das wissen Sie mit einem Satz? Wir killen einfach mal alle und dann wollen wir mal schauen was passiert, ne? Wir haben den schon wieder, guck mal den ist ja schon wieder da Ich bin nicht schon wieder hier, zum dritten Mal oder so Schon wieder hier? Ich glaub das war ich Wir haben den schon wieder da Wir haben den schon wieder da Keine Ahnung, wir müssen hier irgendwie nur noch töten oder so Ich hab das schon gemacht aber Was? Wo komm ich denn durch? Können wir hier irgendwie nach oben? Nicht rein Aber ich kann auch noch hier rein, ne? An alle Einheiten Verfolgung beenden Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen Ich wiederhole Verfolgung beenden Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen Okay, die wollen einfach nur weg Das ist ein riesen Problem bei uns Und hier noch ein bisschen, ich glaub Nur unter 4000 noch Okay und wir haben auch noch ein bisschen Kohle Reicht vielleicht Für was Wirklich? Muss er das? Null von zwei Vollstrecker Was ist denn hier? Null von zwei Vollstrecker Wir haben jetzt alles niedergemänt Aber Vollstrecker gefunden haben wir nicht Wahrscheinlich sollten wir einfach in den Norden gehen Irgendwas Neues versuchen Noch mehr Regen? Ich glaube ich spinne hier grad ne Runde Muss man wirklich sagen Unsere Dingens ist natürlich grad am Arsch Wir werden die kurz wiederholen Unsere Dingens Wie heißen die überhaupt das Dingens? So Das meinte ich Ähm Hier Ah Na schau mal einer an Hm Okay das ist ja ein Dingens ne Ähm Das begreif ich doch nicht Wir haben ja hier Alles Funzel-Tunzel geschlagen Gibt ja nichts mehr was wir tun können Wow unbefugtes Betreten wenn jemand hier ist Wow Ist ja genialito So So Haben wir alles zerstört hier ne Fachgerecht in kleine Häppchen geschlagen Ähm Komm wir gehen einfach mal eine Runde raus Ist ja auch egal Wir gehen jetzt zu dem Herren und dann ist aber gut Oh 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 Haben wir sonst noch irgendwo hier was äh Aber wir müssen die natürlich holen ne Hm Guuut Guuuut Es ist ja gut wir müssen das Ding wieder machen wenn wir wieder von fahren Aber ist ja nicht so schlimm Es sind so wenig Leute drinnen da die ihn da umliegen müssen Ist gar kein Problem ne Sooo so Was denn jetzt wieder meine Freunde? Wir haben nichts getan. Wirklich nichts und das ist der Dank dafür. So lässt sich guter gehen und wir gehen natürlich eine Runde rein. Äh, nach oben oder wie? Ja, nach oben. Was? Jetzt gibt es nichts zu holen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nach dem Dingens hier hoch und hier eine Runde reden mit Donovan. Aber ich glaube meine Freunde, das machen wir ein andermal. Wir sehen uns. Bis dann.